Paul, wir stehen hier neben der Triumph Explorer. Die Triumph Explorer hat gleichnamiges Kofferset montiert. Da gibt es jetzt zahlreiches Zubehör von Hebko Becker. Was gibt es denn da jetzt neu? Wir fangen mal hinten an und zwar das, was man besonders optisch wahrnimmt, das ist ein Koffersystem. Das heißt, wie du gesagt hast, Explorer Koffersystem gibt es in unterschiedlichen Größen. Das ist jetzt die große Ausführung mit circa 40 Liter. Wir haben auch eine schmälere Ausführung mit circa 30 Liter. Das Kofferset ist hier in schwarz, in schwarz kunststoffbeschüchterten Aluminiumblechen. Wir haben es auch noch in einer eloxierten Ausführung, wo das Aluminium dann authentisch ist. Was wir hier jetzt haben, ist auch das Set, was bei der Zeitschrift Motorrad den Preis des Testsiegers errungen hat und das gegen alle namhaften Wettbewerber. Das erfüllt uns natürlich etwas mit Stolz, zeigt aber auch gleichzeitig, dass wir mit unseren Produkten auf einem wirklich hohen Qualitätslevel sind. Was ich jetzt hier zeigen kann, ist, dass wir diese Zubehör Koffer mit entsprechenden Teilen noch mal aufgerüstet haben. Und zwar, Sie sehen hier die Trinkflaschen mit entsprechenden Haltern, die ermöglichen auch während der Fahrt mal kurz etwas Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Dann haben wir hier ein Rückenpolster für das Topcase zum Anlehnen der Sozia. Haben hier ein Kanister für zum Einbringen von Flüssigkeiten, vielleicht Benzin oder irgendwas anderes, was man vielleicht unterwegs brauchen kann. Haben als nächstes hier Innentaschen für die Koffer. Das sind alles nützliche Dinge, die sich sozusagen entwickelt haben aus der Praxis heraus.